Frankreich hat als erstes Land weltweit die Freiheit zur Abtreibung in seine Verfassung geschrieben und damit den größten Kulturbruch begangen seit 1789. Es ist auch ein großer Bruch mit der Rechtstradition, die wir bisher hatten, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. In was für Zeiten wir leben, dass sich die jungen Menschen freuen, wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern, wenn so ein Gesetz kommt, darüber, dass es ein verfassungsmäßiges Recht gibt, sein eigenes Kind töten zu lassen. Absolut skandalös! Liebe Freunde von Jetamen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zum Thema die Französische Revolution 2.0. Ja, die erste Französische Revolution, die ist ja ganz bekannt. Die ist am 14. Juli 1789 losgegangen und die zweite Französische Revolution, kann man sagen, ist dieses Jahr gestartet, nämlich am 4. März 2024. Was ist passiert? Frankreich hat als erstes Land weltweit die Freiheit zur Abtreibung in seine Verfassung geschrieben und damit den größten Kulturbruch begangen seit 1789. Kurz zur Vorgeschichte, was auch für uns als traditionelle Katholiken ganz wichtig ist und für jeden, der sich für die Tradition interessiert. Warum ist die Französische Revolution so wichtig? Ja, man kann sagen, dass das Jahr 1789 und in Folge dann vor allen Dingen 1792 und 1793, wo dann die große Terror kam, der größte Traditionsbruch in der jüngsten oder jüngeren Geschichte Europas ist. Es ist durch die Französische Revolution dazu gekommen, dass die Monarchie in Frankreich gestürzt wurde, dass das Heilige Römische Reich in Deutschland unterging und dass Europa ganz neu geordnet wurde. Das Europa, das auf dem Wiener Kongress 1815 nach den Trümmern und den Kriegen der Französischen Revolution neu aufgebaut wurde, war anders als das Europa zuvor. Zwar hat man versucht, vieles wieder herzustellen, aber es war eine andere Zeit. Es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Die Moderne hat mit der Französischen Revolution begonnen und damit war das Mittelalter sozusagen komplett vorbei. Die letzten Reste des Mittelalters, vor allen Dingen die Kirchliche Herrschaft über weltliche Gebiete, ist vollkommen zu Ende gegangen. Es war ja zum Beispiel so, dass viele Bischöfe auch gleichzeitig Landesherren waren. Die waren Fürstbischöfe und haben auch territorial geherrscht, so wie in Köln und Münster. Es gab oft den Spruch, unterm Krummstab lässt es sich gut leben. Und das alles ist durch die Französische Revolution komplett vorübergegangen. Die Preußen kamen bis an die holländische Grenze und damit haben sozusagen die Protestanten viele katholische Gegenden unterdrückt bis zum Ersten Weltkrieg. Erst dann haben die Katholiken im Grunde genommen in der Kölner Gegend, in der Rheingegend die vollen Freiheitsrechte wiederbekommen. Oder erst wirklich dann in der Weimarer Republik. Also es ist ein ganz einschneidendes Erlebnis. Was auch in die Welt gekommen ist, sind die Menschenrechte, die die Französische Revolution praktisch unter Gräueltaten, unter Mord und Krieg eingeführt hat. Und der Papst war immer gegen diese Menschenrechte, weil er gesagt hat, im Grunde ist es eine Machtergreifung des Volkes und eine Auflehnung gegen die Ordnung Gottes. Und die Päpste des 19. Jahrhunderts und auch schon die Päpste des späten 18. Jahrhunderts wie Pius VI. haben immer gesagt, dass diese Menschenrechte eine Auflehnung bedeuten und dass sie letztlich zu einem großen Umsturz führen. Und ich würde sagen, dass das lange Zeit sehr gut gegangen ist, auch wegen des großen christlichen Fundaments, das in Europa herrschte. Aber weil diese Menschenrechte nicht mehr an Gott gebunden sind, sondern allein dem Willen des Menschen unterliegen, können sie praktisch in jede Richtung ausschlagen. Und genau das ist jetzt passiert in der Französischen Revolution 2.0 am 4. März 2024. Es wurde praktisch, so zu sagen, das ist jetzt nicht so ausgerufen worden, aber praktisch wurde ein Menschenrecht auf Abtreibung in Frankreich ausgerufen und in die Verfassung geschrieben. Und das ist nochmal eine ganz neue Stufe. Das ist auch ein großer Bruch mit der Rechtstradition, die wir bisher hatten, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die an sich schon problematisch ist, weil sie für alles Mögliche offen ist und nicht mehr naturrechtlich gebunden ist, die aber noch andere Grundlagen hatte. Also man kann zum Beispiel ganz klar bei dem ganz berühmten Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförder immer wieder finden, dass er sagte, dass die modernen Menschenrechte Rechte der Personen sind. Freiheitsrechte in Abwehr gegen den Staat. Und die sollen im Grunde das Diktum, den Spruch, das Motto Leben und Leben lassen ermöglichen. Ganz wichtig ist natürlich dann das Recht auf Leben, die freie Rede und Meinungsäußerung und leider auch die Religionsfreiheit. Aber das sind im Grunde die Rechte der demokratischen Grundordnung. Und vor allen Dingen das Recht auf Leben ist ja jetzt ins Gegenteil verkehrt worden durch den 4. März, weil das Recht auf Abtreibung natürlich ein Recht auf Töten ist. Und Frankreich hat jetzt praktisch ein staatlich geschaffenes Abtreibungsrecht geschaffen und damit ein Recht zum Töten Unschuldiger. Während in der katholischen Tradition die Todesstrafe auch bei den Kirchenvätern ganz klar kein Problem ist, ja, also der Staat hat die Erlaubnis, schuldige Menschen, die eines schweren Verbrechens schuldig sind, mit dem Tode zu verurteilen, ist jetzt halt ein ganz neues Novum in der Geschichte, vor allen Dingen der westlichen Staaten, in Recht gesetzt worden, nämlich ein Recht zum Töten Unschuldiger. Mütter können jetzt ihr eigenes Kind abtreiben lassen. Das ist ein absoluter Kulturbruch. Und das ist eine Revolution und damit ist im Grunde die Moderne auch vorbei, weil das ein neues Zeitalter einläutet, eine neue Epoche einläutet. Und wir wissen wahrscheinlich auch noch nicht einmal, was jetzt alles kommt. Und der ehemalige Erstbischof von Paris, Michel Aupetit, hat gesagt, dass jetzt ein neuer Tiefpunkt erreicht ist und Frankreich zu einem totalitären Staat geworden ist. Das neue Menschenrecht auf Abtreibung ist etwas, was Amnesty International immer wieder gefordert hat. Und ja, das ist jetzt auch ein absoluter Dammbruch und woran ich auch sofort gedacht habe, ist die Euthanasie-Predigt von Kardinal von Galen, die er am 3. August 1941 in Münster gehalten hat. Und er hat dort gesagt, wenn Menschen das Recht bekommen, andere Menschen zu töten, dann ist keiner von uns seines Lebens mehr sicher. Und im Grunde ist es jetzt so, ja, das ungeborene Leben in Frankreich ist der Tötung freigegeben. Das ist jetzt verfassungsmäßig garantiert, dass unschuldige Kinder, ungeborene Kinder getötet werden können. Und was ganz skandalös ist und sehr apokalyptisch zumutet, ja, was wirklich schauerhaft zurücklässt, ist, dass die französischen Plätze, dass in den Straßen von Paris am Eiffelturm die Menschen gejubelt haben. Sie haben sich gefreut, als sie wussten, dass 92% der Parlamentarier für das Recht gestimmt haben, als hätte Frankreich die Weltmeisterschaft gewonnen. Das muss man sich einmal vorstellen, in was für Zeiten wir leben, dass sich die jungen Menschen freuen, wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern, wenn so ein Gesetz kommt, darüber, dass es ein verfassungsmäßiges Recht gibt, sein eigenes Kind töten zu lassen. Absolut skandalös. Und trotzdem ist es so, dass Jubel ausbricht und auch in Deutschland, die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus gesagt hat, dass diese Entscheidung in Europa ein einzigartiger Schritt ist. Das ist ja in der Tat und ich glaube, dass ihr nicht bewusst ist, wie Recht sie damit hat. Das ungeborene Leben ist durch diese Gesetzesänderung vom Rechtssubjekt, so ist es immer noch in unserem deutschen Grundgesetz, Paragraf 219, nee, nicht im Grundgesetz, im Strafgesetzbuch, Paragraf 219, ist das ungeborene Leben ein Rechtssubjekt. Und das ist jetzt in Frankreich aber zum Tötungsobjekt geworden. Frankreich ist, wie gesagt, das erste Land der Welt, das diese Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung aufnimmt. Und was sich damit auch immer mehr ausbreitet, ist das, was Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium Vitae, Kultur des Todes genannt hat. Es herrscht im Grunde jetzt nur noch das Recht des Stärkeren und die unverfügbare Menschenwürde, so wie es auch bei uns im Grundgesetz heißt, die Unentastbarkeit der Menschenwürde, die ist dahin. Der Kern des Problems, den hat Johannes Paul II. auch sehr gut erkannt, liegt in einem falschen Verständnis von Freiheit. Es wird nicht mehr erkannt, dass die größte Freiheit, wie die Päpste immer wieder betont haben, wie Leo XIII. in der Enzyklika Libertas, in der Freiheit besteht nicht zu sündigen. Und dass nur der Weise wirklich frei ist. Das wird nicht mehr erkannt, sondern Freiheit ist heute ein absoluter Willkürbegriff. Gott gleiche Freiheit, das ist das, was heute herrscht. Es ist unklar, was wahr und falsch ist, was gut und böse ist. Es herrscht ein schrankenloser Rechtspositivismus. Und das Naturrecht spielt gar keine Rolle mehr. Der Mensch erklärt sich selbst zum Herrscher über Leben und Tod, macht sich selbst zu Gott, der souverän und selbstbestimmt alles entscheiden kann. Sein Geschlecht, seine Schwangerschaft, sein Lebensende. Frankreich hat das Versprechen gebrochen, sein Taubversprechen, dass es als älteste Tochter der Kirche eigentlich einhalten müsste. Und wir stehen jetzt vor den Trümmern des europäischen Erbes, das sehr vorteilhaft war und vorbildhaft war für den Rest der Welt. Also die Moderne ist jetzt tot. Die liberalen Menschenrechte haben endgültig gezeigt, dass sie keine stabilen Grundlagen schaffen. Und wir stehen jetzt vor einer neuen Zeit. Wir stehen vor dem Beginn einer neuen Zeitrechnung und wir werden erst in Zukunft sehen, was es bedeutet. Und ich bitte alle, die auch das Video sehen, zu beten, für Frankreich zu beten, für Deutschland zu beten, für Europa zu beten. Ich bin mir sicher, dass so ein skandalöses, himmelschreiendes Recht, in Anführungszeichen, wie es jetzt in der Verfassung steht, nicht ungestraft bleibt. Ich habe auch einen Artikel geschrieben auf Corrigenda, den ich gerne in die Beschreibung poste und bitte den zu teilen, damit den Leuten wirklich klar wird, was hier passiert ist. Welcher Dammbruch, welcher Skandal, welch himmelschreiendes Unrecht jetzt zum sogenannten Recht erhoben wurde. Also wichtig ist das Gebet für Frankreich und Deutschland und dass wir jetzt ganz viele Rosenkränze beten und hoffen, dass noch Schlimmeres verhindert wird.